Moin Moin, um diese Lampe soll es hier an der Stelle einmal gehen. Das ist das gute Stück, ist meiner Meinung nach sehr schön auszusehen oder anzusehen. Wir haben hier dieses leicht metallic optische mit Verspiegelung, haben hier unten auch zwei USB Anschlüsse, was auch ganz nett ist und die Lampen selbst läuft auch über USB, weshalb ich sie hier auch ganz entspannt an meinem Schreibtisch anschließen konnte. Und dann hier diesen leicht bezogenen Schirm, der soweit auch sauber verarbeitet ist und haben dann hier die Möglichkeit per Touch einfach die unterschiedlichen Lichtmodi auszuwählen. Da haben wir dann so ein ganz dezentes Licht, ein bisschen stärkeres und das höchste. Und dann geht das Ganze auch wieder aus. Das sind im Prinzip die drei Modi, die mitkommen. Dann hier die USB Anschlüsse, die sind zwar nur USB 2, also zum Laden brauchen sie ein bisschen. Läuft natürlich auch über einen anderen USB, das kann dann dementsprechend ein bisschen länger dauern, aber es ist ein nettes kleines Gimmick, was dabei ist. Und ansonsten ist es eigentlich meiner Meinung nach eine ganz schön anzusehende Lampe, die sich hier ganz gut macht. Und dann geht's. Und dann geht's.